so und damit herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich werde heute die pfeife von mac cloud vorstellen das ist eine russische pfeife leider habe ich den karton in dem alles kommt nicht mehr aber ich habe jetzt hier den gesamten lieferumfang auf dem tisch mal ausgelegt und ja wir werden da mal durchgehen also hier seht ihr den gesamten lieferumfang der dabei war ich werde wieder ganz unten mit der bowl anfangen also die bowl gefällt mir optisch extrem gut insbesondere dieser teil hier hier wird es sehr schmal und ich finde das sehr sehr schön ich mag ohne ihn etwas schlichtere designs und das ganze sieht sehr fein aus von der glas stärke her scheint es mir stabil ich habe dafür keine genaueren daten wie dick das glas jetzt genau ist aber es scheint mir stabil keine schlechte qualität hier oben das gewinde für die base ist innen in die bowl reingeklebt auch die verklebung sieht schön aus also da sieht man keine klebereste oder so das sieht wirklich sehr sehr schön aus dann etwas woran sich die meisten deutschen hersteller noch ein vorbild nehmen könnten hier ist in der bowl eine kleine anzeige für den wasserstand ich habe jetzt vorhin die bowl gerade noch mal ausgespült und geputzt deswegen ist hier drin etwas dreckig also etwas nass aber hier dann sieht man genau wie viel wasser man in der bowl drin hat und muss nicht raten weil die bowl ist komplett schwarz also hier sieht man nicht durch und durch diesen schlitz hier kann man schön den wasserstand ablesen und ja daran können sich einige ein beispiel nehmen denn ich finde das sehr praktisch da muss man nicht raten wo jetzt genau der wasserstand sein soll oder gerade ist dann kommen wir auch schon zum tauchrohr hier seht ihr das gute stück hier unten hat es wie die letzte pfeife einen verstellbaren diffuser also jetzt sind die löcher geschlossen jetzt ist wie ohne diffuser und hier kann man das hier hochziehen und jetzt hat man einen diffuser mit zwei löschen zwei löchern jeweils viermal und ja auch das prinzip finde ich sehr nice ich rauche fast ausschliesslich mit diffuser aber zum rauchverhalten werde später noch kommen hier oben hat das tauchrohr eine sehr sehr langes gewinde das ist dazu da dann kommen wir auch gleich zum nächsten stück das ist hier die base die ist auch wirklich sehr einzigartig also sowas in dieser art habe ich vielleicht schon mal richtung quentin oder so gesehen aber an sich ist es sehr schön weil es extrem flach gehalten hier hat es auch noch ein close chamber system in der base also das ist auch vorhanden und eine kleine kugel zum auspusten diese könnte man auch hinaus nehmen wenn man hier diese schraube aufschraubt kann man die kugel rausnehmen und ersetzen oder reinigen und jetzt kommen wir zum langen gewinde das gewinde ist sogleich auch für die rauchsäule der anschluss wie ihr seht die gewinde laufen wirklich perfekt also verarbeitungstechnisch vom gewinde her habe ich da keinerlei mängel gefunden das ist wirklich auf einem top niveau verarbeitet ihr seht jetzt kommt hier oben das gewinde hinaus und dann können wir auch gleich mit der rauchsäule fortfahren ich glaube es ist dieser teil hier der wird hier einfach auch darauf geschraubt auch hier das gewinde läuft wirklich super weich sehr angenehm zu schrauben so und dann kommen wir auch schon zu dem was die pfeife so speziell macht und das ist dieser bär hier viele haben gedacht es sei ein molasse fänger als sie ihn auf bilder oder in videos gesehen haben aber das ganze ist hier seht ihr offen in der mitte da wird dann einfach ein rohr durchgehen das zeige ich gleich und das ganze ist einfach nur rein optisch und ich finde das ganze ist schon extrem sexy also ihr seht es hier von der verarbeitung das sieht sehr sehr cool aus und ist ein gadget an einer pfeife dass man sonst so wenn überhaupt sehr sehr wenig sieht und wie das ganze montiert wird zeige ich jetzt also auf die rauchsäule auf den unteren teil der rauchsäule kommt dieses adopter stück hier das kann man hier einfach reinschrauben so und jetzt kann man den bär hier oben einfädeln dann sitzt er hier drauf und dann mit dem zweiten teil von der rauchsäule hier oben festschrauben so und wenn man das hier etwas anzieht seht ihr hier zwischendrin hat es keine lücke also man sieht da nicht dass da noch ein rohr durchgeht und das ganze sitzt wirklich fest also hier wackelt nichts und das ist wie wenn der eingebaut wäre und dann werde ich das ganze auch gleich mal auf die bowl montieren und dann machen wir mit dem teller weiter hier die base ist mit einem grob gewinde auf der bowl montiert hier reichen zwei eineinhalb umdrehungen und das ganze sitzt fest bevor wir doch noch zum teller kommen hätte ich vorbei noch etwas wichtiges vergessen das kleine stück hier ist der schlauch adopter der wird hier einfach direkt in die base eingeschraubt und dann wird der schlauch ohne irgendwelchen schliff oder so direkt hier angesteckt ja das zeige ich euch dann wenn es soweit ist und hier seht ihr noch den teller also spiegelt jetzt etwas aber ihr seht hier ist das mac cloud logo drauf und der teller hat wirklich eine gute qualität dass er ist sehr stabil auch als edelstahl und hat eine sehr schöne form auch ganz schlicht gehalten mit einer leistung wölbung am ende und auch nicht zu groß also passt genau hier unten bei der bowl passen die durchmesser die stimmen überein dass es sehr symmetrisch aussieht leg ich den mal oben drauf und dann am schluss noch den anschluss für den kopf hier ist eine etwas andere dichtung als bei deutschen köpfen mit dabei hier seht ihr ist ein kleiner gummiring auf dem anschluss für den kopf und wenn man diese normale gummi dichtung drauf macht dann seht ihr steht hier so ein kleiner ein kleiner hügel raus und ich finde das ganze sichert den kopf wirklich gut also man hat dadurch etwas besseren halt bei den köpfen durch diese kleine ausbuchtung hier so und dann kommen wir noch zu den letzten zwei stücken bevor wir damit rauchen können hier war ein schlauch und ein mundstück dabei ich nehme das mundstück kurz weg vom schlauch das hier ist ein alu fineliner mundstück es ist silbern lackiert mit noch kleinen sprengeln drin also es glitzert noch etwas im licht ist wirklich ein solides mundstück also hier nichts aussergewöhnliches aber es liegt gut in der hand durch diese griffe hier und dann war noch ein dazu passender silberner silikonschlauch mit dabei das war einfach ein standard silikonschlauch der auch hier in deutschland und der schweiz verwendet wird und wenn wir jetzt das ganze hier montieren auf der base dann kann man den schlauch einfach hier reinstecken das geht wirklich easy und dann hält das auch und so hat man kein problem das schliffe hinaus fallen oder so und ich finde diese art von anschluss wirklich angenehm ich habe auch keine probleme mit abknicken oder so aber dazu kommt dann mehr beim rauchen ich werde jetzt noch was in die bowl einfüllen ich fülle mit offenem diffuser meist so bis in die mitte von dieser anzeige hin für mich ist der durchzug dann am besten und ja dann baue ich mir ein köpfchen und wir sehen uns beim rauchen wieder so dann komme ich auch schon wieder zum vorsicht zu dieser pfeife also die die mich auf instagram aktiv verfolgen wissen es vielleicht schon ich feiere diese pfeife übelst also ist wirklich im moment eine meiner top drei pfeifen die ich besitze ich werde zuerst etwas über das rauchverhalten sagen also das aufhalten überzeugt mich wirklich komplett so wie ich vorhin gezeigt habe mit geöffnetem diffuser also den zwei spalten frei und hier bis zur mitte der anzeige wasser eingefüllt läuft das für mich top also ein sehr sehr angenehmer durchzug auf das anzugsverhalten ist top durch das close chamber system kann man auch perfekt auspusten also da leert sich die bowl gleich bei einem pust da auch hier unten ein sehr kleines volumen ist durch den schmalen hals auch verarbeitungstechnisch habe ich da wirklich nichts auszusetzen also ist wirklich super verarbeitet die gewinde laufen top die materialien sehen alle gut aus auch der bär hier das kleine highlight der pfeife sieht sehr schön verarbeitet aus und macht wirklich was her optisch ist halt wie immer geschmackssache aber ich feiere die pfeife extrem also sie gefällt mir sehr sehr gut ich finde es schön dass sie trotzdem kann extra hier noch sehr schlicht gehalten ist also ansonsten ist sie nicht so spektakulär gestaltet sie ist sehr straightforward designt also alles schön gerade keine schnörkel drin und dann dieses highlight hier in der rauchsäule ich finde das design technisch wirklich sehr schön aber ja ich habe auch schon von leuten gehört denen sie nicht so gefällt die von den bergen damit etwas zu match aber ich finde er passt super hier rein ich nehme mal noch mal ein zug ja im moment kann man die pfeife leider nur in russland kaufen also direkt auf der seite von maccloud die pfeife kostet 250 dollar plus versand das sind so circa 200 euro etwas mehr und ich finde für diesen preis ist die pfeife wirklich sehr gut wenn man so vergleicht was man hier in deutschland für diesen preis bekommt ist das wirklich schon eine ansage ich würde jetzt noch warten bevor die pfeife in russland bestellt denn da gibt es meistens probleme mit dem zoll da muss man noch zollgebühren draufzahlen und so aber ein herrscht ein shop hat mir ein tipp gegeben dass sie eventuell bald in deutschland auch zu kaufen geben wird also wartet da noch etwas bevor ihr sie euch kauft vielleicht könnt ihr sie auch bald ohne zoll probleme hier in deutschland kaufen wie es dann preislich aussehen wird in deutschland kann ich leider noch nicht sagen was die kosten wird ich denke es wird etwas mehr sein als 200 aber dafür hat man natürlich keine probleme mit dem zoll man hat schnell im versand und ist alles um einiges einfacher und ja mein einziger manko punkt den ich habe ich werde euch das gleich noch einblenden von namen ist beim ausblasventil hier sammelt sich manchmal etwas molasse an also ihr seht gerade ich habe jetzt noch nicht so lange geraucht deswegen ist es noch nicht so viel aber da kommt schon mal bei einer längeren session ein ziemlich großer tröpfen zusammen aber ja den kann man einfach abwischen mit einem tuch und dann passt das auch die gewinde hier oben sind bei mir dicht also hier tropft keine molasse raus oder so und ja die pfeife kann ich wirklich nur weiterempfehlen es ist mal etwas neues nicht das standard zeugs sie gefällt mir sehr gut ich rauche sie sehr gerne lasst mich doch mal in den kommentaren wissen welche pfeife dass ich als nächstes zeigen soll was euch interessiert lasst doch auf dem video ein like da wenn es euch gefallen hat über ein aber würde mich natürlich auch freuen so verpasst ihr keine neuen videos ich weiß jetzt noch nicht genau in welchem abstand das ich hochladen werden kann ich muss auch immer schauen ob ich etwas interessantes zum zeigen habe aber ja ich freue mich über jeden kommentar und wir sehen uns dann auch schon wieder im nächsten video